Oh mein Gott, Digga! Was geht, Bros? Ich bin's wieder, euer BrawlBro und willkommen zu einem neuen Video von mir, Freunde. Heute ist es endlich soweit. Ich werde heute in diesem Video meinen kleinen Bruder Leon kaufen, Freunde. Oh mein Gott, gebt dafür auf jeden Fall direkt einen Daumen nach oben und wir switchen rüber zu Brawl Stars und... Wir kassieren jetzt erstmal kurz meine Season-Belohnung ab, Leute. Bevor wir jetzt kurz in Bellemines Account reingehen, gucken wir ganz kurz, wie viel wir bekommen werden. Ich habe dieses Season echt nicht viel gepusht, deswegen ich denke mal so 1.800 oder so kriegen wir. Oder? 2.000 sogar noch? Stabil? 2.000? Hö! Hö! Fast! 3.000 haben wir doch geknackt? Krass! Alter, ich hatte nur 18.000 Trophäen, what the fuck? Trotzdem 3.000 Star-Punkte. Schmeckt, Leute! Das schmeckt auf jeden Fall, let's go! Nice, Mann! Also, so Leute, ich kassier kurz die ganzen Belohnungen hier ab. Zack, zack, zack. Was gibt es im Shop? So, ein bisschen Markenverdoppler. Schmeckt, Leute. Okay, also. Wir gehen jetzt rüber in Benjamin seinen Account rein. So, jetzt kriegen wir noch Benjamin seine Season-Belohnung. Die habe ich jetzt auch ganz schnell sneaky einfach eingesammelt. Für Shelly nur 70 Star-Punkte. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie viele Star-Punkte ihr bekommen habt für die Season. Also, let's go. So, Leute. Leon-Angebot ist immer noch im Shop. 19 Stunden läuft es ab. Dann bin ich noch perfekt, rechtzeitig hier. 430 Gems als Angebot ist überkrass, Leute. Überlegt mal, dieser Sally-Leon-Skin, der kostet alleine 80 Gems. Das heißt, ich kaufe jetzt meinen kleinen Bruder Leon für einfach 350 Gems. Anstatt, Digga, das ist krass. Anstatt 700 Hälfte Preis einfach. Also, let's go. Wir laden ihm jetzt die Gems auf, die er dafür braucht. So, ich habe es getan. Let's go, Leute. 420 Gems hat Benjamin jetzt. Das ist sauber, Digga. Oh mein Gott. Wir kaufen ihm jetzt einfach... Oh mein Gott. Es fehlen 10 Gems. Okay, ich muss noch mal kurz was aufladen. Ich habe ihn noch mal 80 Gems aufgeladen. Jetzt hat er 500 einfach. Ey, Leute. Das ist zu krass. Darf ich auf jeden Fall jetzt auch ein Abo dalassen. Falls ihr es noch nicht getan habt, 70% der Leute, die meine Videos schauen, haben kein Abo bei mir dagelassen. Deswegen wäre es überkorrekt, wenn ihr einfach kurz auf Abonnieren drücken würdet. Und wir kaufen ihm jetzt Leon, Alter. Guck mal. Ihm fehlen insgesamt noch Spike Bro und Leon und Terra fehlen ihm noch. Und gleich... Alter, er kriegt einfach Leon, Digga. Boah. Und er weiß einfach nicht, dass ich ihn das jetzt kaufen werde. Ich bin auch übergespannt auf seine Reaktion dann. Also, let's go, Leute. Wir holen jetzt Sally Leon und den normalen Leon. Auf geht's, Freunde. Let's go. Oh mein Gott, Digga. Let's go, Leon einfach gekauft. Nice, Mann. So muss das, Alter. Drei von vier Legendaries. Alter, darf man auch erst mal ein Screenshot machen. Sehr schön, Alter. Boah. Und, stimmt. Wir kriegen auch den Skin. Sauber. Sally Leon. Okay, nice, Mann, Alter. So. Zack, das haben wir auch noch kurz ein. Hier auch alles einsammeln. Er kann noch Power... Oh, wir können perfekt jetzt wieder Powerplay machen, Frieden. Perfekt, Alter. Darauf freue ich mich jetzt schon. Letztes Mal, als wir Powerplay bei ihm gespielt haben, haben wir einfach drei epische Wins geholt. Überkrass. Deswegen machen wir das Ganze jetzt auch nochmal. So, warte. Oh mein Gott, Leon, Digga. Boah, er wird sich so krass freuen, Leute. Ihr glaubt es nicht. Er wird sich so heftig freuen. Oh mein Gott. Okay, mit Leon können wir leider nicht im Powerplay spielen. Das heißt, wir spielen mit seinem einzigen Zehner. Ich glaub, das war jetzt nur Shelly. Ja. Wir können nur mit Shelly spielen. Okay, aber macht nichts mehr. Wir schaffen es trotzdem Erster zu werden. Let's go. Wir nehmen die Star Power. Let's go. Zack. Und wir starten rein. Auf geht's, Freunde. Okay, nice, Mann, Alter. Das ist so heftig. Boah, ich bin so gespannt, wie er drauf reingehen wird. Okay, nice, Mann. Okay, so. Komm. Let's go, Leute. Ich werde ihn dann anrufen. Und ihm dann halt sagen, dass er in seinen Brawl Stars Account reingehen soll. Oh mein Gott, Digga. Ich darf jetzt nicht einfach Letzter werden. Das wäre absolut... Was macht der Colt? Wie lost ist er denn? Oh mein Gott. Wie schlecht. Was war das denn gerade? Lol. Alter. Wieso kriege ich nicht solche Gegner? Bei mir bei Powerplay, Alter, die Tryharden anders. Als würde es um Leben und Tod gehen. No joke. Was denkt der Leon eigentlich hier? Der muss sich auch mal ganz schnell beruhigen. So, komm. Wir haben zwei Powercubes. Alles easy. Wir holen uns noch den Leon. Mir reicht es jetzt, Digga. Er muckt ganz Zeit auf. Das hast du davon, Alter. Sauber. Zwei Kills haben wir schon, Leute. So. Ey, schaffen wir auf diesem Video 10.000 Likes. Das wäre überkrass, Leute. Auf jeden Fall. Alle ein Like da lassen. Würde mich wirklich freuen, wenn wir das packen würden. Das ist das Goal, Alter. Okay, warte. Wie ist das? Komm. Ich verschieße direkt die Rue Ulti. Boah. Hier. Stauben wir kurz ab. Nice. Komm. Wir sind noch Ulti nebenbei aufladen. Wir können uns die rechte Shelly auch eigentlich schon schnappen. Ja, jetzt gehen wir rauf. Guck mal, Digga. Wir machen so viele Kills. Oh mein Gott. Pass auf. Einer von links unten ist auch in einem Bus. Da muss ich aufpassen. Okay, ich laufe kurz hier rüber. Ich will nicht, dass man einen Band-Aid auslöst. Ich muss kurz Leben regenerieren. Ich habe echt keinen Bock darauf. Okay, jetzt runter. Wir brauchen eine bessere Position. Einer ist auf jeden Fall hier drin. Das sind die letzten drei Spieler. Einer ist hier drin. Die oben zwei fighten sich auch da schon. Ich glaube, er ist da ganz rechts. Der ist auf jeden Fall da drin, Mann. Alter, wo ist er? Ja, ich wusste es. Okay, easy. Komm. Ich muss sie dazu bringen, dass die beide sich gegenseitig fighten. Auf jeden Fall. Komm. Ich habe meine Ulti auf jeden Fall schon am Start. Das ist schon sehr wichtig. Sehr gut. Die Shelly pushen wir einfach mal, weil die ist gefährlich für uns. Soll ich die Ulti für sie beraushauen? Komm, mach ich einfach. Let's go. Let's go, Leute. Oh nein, die Pam wird mich pushen. Die Pam wird mich pushen. Ja. Ich wusste, es war nicht gut. Ich habe wieder meine Ulti. Ich muss jetzt die Pam pushen. Ich werde zweit. Ich will nur Zweiter werden. Nein. Bitte hol sie doch. Oh mein Gott. Wer ist jetzt? Bin ich jetzt Zweiter geworden? Bitte. Jawohl, Mann. Sehr, sehr stark. Sehr schön. Zweiter Platz. 34 Powerplay-Punkte. Nice, Mann. So muss es, Alter. Sehr schön. Okay, nochmal. Let's go mit Shelly. Das Ding ist, Leute. Shelly ist so ein einfacher Brawler. Wirklich. Es ist halt extra so mit der einfachste Brawler zum Spielen, weil es halt für jeden, der Brawlers, das neu anfängt, der erste Charakter ist. Der erste Brawler, den jeder hat. Und deswegen muss er natürlich einfach sein und overpowered sein. Damit halt die ganzen Leute, die neu anfangen, nicht direkt die Lust am Spiel verlieren, wenn die alles reinscheißen. Okay, komm. Wir müssen groß und stark werden. Auf geht's. Und Freunde, macht euch bereit. Bald ist es soweit. Bald kommt der Spike-Bro-Merch endlich raus, Leute. Bald kommt er raus, Mann. Ich bin absolut gehypt, Leute. Okay, komm. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wer sich alles den Merch gönnen wird. Ich bin gespannt. Oh, hier ist der Sally-Leon-Skin. Ich glaube, wir können uns die normalen Leon-Leon-Hunde-Weiß nicht, dass wir drin sind. So, aber hier, zack, zack, zack. Und weg ist er. Zack, auf ihn auch. Direkt drauf haben wir auch, Leute. Let's go. Acht-Mauer-Cubes. Boah, wir werden erst in diese Runde. Wir werden safe, erster Mann. Komm. Safe. Das würdest du machen. Wo ist dein? Ach, egal. Kurz beruhigen. Danke auf jeden Fall, Lena, Motz, Leni, für dein Abo. Leute, wenn ihr auf Abonnieren drückt, dann kommt euer Name auch so ins Video rein. Da steht dann da jetzt euer Name und hat abonniert. Auf Ehre. Okay, warte mal. Komm, wir pushen mal diesen Leon, der hier drin ist. Hier. Womit schießt diese Sally? Und schießt mit Eiern, ne? Kann das sein? Oh, was sind das für Eier? Ganz komisch. Okay, warte. Ja, das war's mit ihm. Der ärgert sich, glaube ich, jetzt schon mies. Aber zack, Digga. Weg mit ihm. Jetzt haben wir zehn Power-Cubes. Boah. Let's go. Wir werden sowas von erster. Wenn wir nicht erster werden, Leute, dann der abonniert meinen Kanal. Ich mach mir selber Druck, Leute. Ihr wisst, wie's läuft. Ich muss mich kurz beruhigen. Ganz kurz. Was war das gerade von ihm? Das war ein kurzer Ausraster. Ballert kurz einfach so ein Ulti nach oben. Wer kennt's nicht? Und jetzt komm. Und zack, zack, zack. Und weg. Erster Platz. Genauso muss das, Mann. Ein epischer Win. Sehr schön. Wie viel kriegen wir jetzt? Wir kriegen 38 Power-Play-Punkte. Boah. Das ist doch mal nice, Mann. Das schmeckt doch, Leute. Pö. Okay. So. Letzte Runde Power-Play. Auf geht's, Mann. Hoffentlich schaffen wir es, jetzt noch mal erster zu werden. Boah. Da wird sich Benjamin auch noch mal dazu. Alleine schon mies freuen noch dazu. Dazu noch, dass ich ihn Leon gekauft habe, Mann. Okay, komm. Die Shelly spielt anscheinend nicht. Sehr gut. Okay, doch. Zack, zack, zack. Und runter in die Mitte. Auf geht's. Auf die Penny können wir uns noch kurz ein paar Hits auf jeden Fall geben. Ein bisschen Jolti aufladen. Zack. Jetzt haben wir schon die Hälfte. Sehr, sehr wichtig. Okay, warte. Die versucht sich gerade, die nächste Kiste schon zu sneaken. Aua. Die gibt mir ganze Tits. Tschüss. Oh, nein. Jetzt müssen sich alle einmal hier kurz beruhigen. Vor allem die Shelly hier. Boah, ich hab sie noch weggeklatscht. Ich hab sie noch weggeklatscht, Leute. Überlebe ich das Ding? Es sieht gar nicht gut für mich. Oh, mein Gott. Ich werde sterben. Nein. Achterplatz. Nein. Ich wurde gesandwiched. Ich wurde so aufs Übelze gesandwiched einfach. Oh, Mann, Digga. Sehr, sehr schade, Mann. Sehr, sehr schade. Achterplatz. Wie viel kriegen wir? Oh, wir zählen. Oh, Mann. Okay, aber trotzdem haben wir viele Powerplay-Punkte rausgeholt. Auf jeden Fall. Wir spielen jetzt noch eine Runde mit unserem neuen Brawler Leon. Er hat gesagt, Bayamines neuen Brawler Leon. Sally Leon starten wir auf jeden Fall mal in eine Solo-Showdown-Runde rein. Auf geht's mit null Gesamt-Trophäen bei dem Brawler. Ab geht's. Okay. Kleines Mädchen. Ey, ich muss seinen Namen ändern. Er hatte seinen Namen jetzt gelassen, weil das so richtig zum Treuen ist. Weil, stell dir mal vor, ihr verliert gegen ein kleines Mädchen. Das ärgert euch noch mehr. Deswegen, er hat das extra so gelassen. Aber wir ändern den Namen noch zurück, Alter. Er hatte noch genug Gems. Ich hab extra ein bisschen mehr noch aufgeladen. Damit er auf jeden Fall noch den Namen ändern kann, wenn er will. Okay, warte. Komm. Senkt der Mord? Der muss sich auch mal ganz schnell beruhigen. Tüch. Oh, links eine Piper. Okay. Oh mein Gott. Sieht so aus, als würde ich im Sandwich sein. Doch nicht. Alles cool. Der Mord ist... Der ist selber schuld. Der hat sich selber in den Sandwich reingebracht. Selber schuld. Selber schuld einfach. Okay, es leben noch fünf andere Brawler, Freunde. Okay, warte. Ich kann mich unsichtbar machen. Ich glaube, ich hole den 8-Bit. Oder? Oder? Soll ich ihn holen? Eigentlich easy, ne? Wir warten kurz noch ab. Wir warten noch kurz. Jetzt wollen wir Russian Bean. Komm. Das war's mit ihm. Okay, nice. Das Gute ist... Ich spiele... Also, Leon hat ja... Das Level 1 zählt. Deswegen spiele ich jetzt auch nicht gegen irgendwelche 10er in der Runde. Auch entspannt man, 8-Bit zu töten, ohne dass er sich respawnt. Sonst respawnt sie sich ja immer wegen der Star-Power. Komm, jetzt die Piper. Komm, wir holen sie hier. Das war's mit dir, Freundin. So, komm. Die beides sind die beim letzten. Sehr, sehr angenehm. Wir werden erster. Wir werden erster, bitte. Komm, ich bin jetzt mein Ulti. Also, die Piper ist gar nicht beruhigt. Ich glaube, ich hole erst die Bibi. Oder soll ich erst die Piper holen? Ich glaube, ich hole erst die Bibi, komm. Das war's mit der Bibi. Und als letztes schön zum Finale die Piper, Leute. Die noch denkt, die könnte noch gewinnen. Die tried it noch richtig. Die versucht richtig noch was zu reißen. Richtig noch Erste zu werden. Komm. Was wir zu tun? Jetzt rush ich dich. Und was jetzt? Was jetzt? Zack. Und weg bist du, Alter. Sauber, Leute. Okay. Sehr schöner Abschluss zum Video auf jeden Fall. Ich würde sagen, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Oder ihr habt es eh schon getan. Abonniert meinen Kanal, Leute. Wie gesagt, würde mich wirklich mega freuen. Und aktiviert auch die kleine Glocke, wenn ihr wollt. Dann verpasst ihr gar kein Video mehr. Und ich habe heute auf jeden Fall noch ein Video auf meinen Hauptkanal hochgeladen. Also gestern. Checkt das auf jeden Fall auch ab, wo ich euch mein 600 Euro Feuerwerk zeige, was ich bestellt habe. Was ich bald zünden werde. Also checkt auf jeden Fall meinen Hauptkanal, Dennis Bro Up, das Video. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns morgen beim neuen Video. Und, oh, stimmt. Bamins Reaktion. Ich glaube, das mache ich im nächsten Video. Im nächsten Video sehen wir Bamins Reaktion. Ich würde sagen, Leute, macht es gut, meine Bros. Passt auf euch auf. Und ciao, ciao. Tschüss.